Die Tore zum Königreich beginnen sich wieder zu öffnen. Dem Reich geht es gar nicht gut. Die Sonne wird so rot, Mama, der Tag verschwunden ist. Brüderchen ist tot, Mama, und Mona wird vermisst. Ich würde gern mit Frau Drusse sprechen. Freut euch, ihr Dänen. Wir bringen euch einen der besten Ärzte Schwedens. Ich hörte, dass zuweilen die Beziehungen zwischen Dänen und Schweden... ...Halma! Er schlägt nicht! ...durchaus etwas angespannt sein können. Wenn es zur großen Säuberung im Reich kommt, ist nichts mehr zu tun. Alles klar. Das sind ja wir. Wenn wir das Reich retten wollen, dann müssen wir auch die Schramm hinnehmen. Oh je. Oh je? Reicht da nicht! Dänisches Gequatsche! Teufel noch eins. Wir müssen Brüderchen finden. Tut mir leid, kann ich nicht. Seid ihr alle Schweden? Ja! Führe mich zum Herz. Herz der Blut! Herz der Blut! Dänischer Abschaum! Das ist gruselig! Dänischer Baird! Dänischer Baird! Untertitelung des ZDF für funk, 2017